Moin Moin meine Mangos, ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich rede heute über die WM in Katar, wobei, naja, allgemein eher über die Kader. Dieses Video ist komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es wird hoffentlich noch Donnerstag rauskommen, wahrscheinlich wird es Donnerstag keiner mehr sehen, weil das relativ spät rauskommen wird, um 9 wahrscheinlich, um 10, was weiß ich. Ich kann nicht Underworld Football Manager spielen, wie ich es eigentlich dazu hätte machen wollen, aber das wird nicht möglich sein. Ich habe es zwar schon aufgenommen oder wollte es aufnehmen, dann hatte ich schon nach einer Weile gemerkt, dass ich irgendwie gar nicht aufgenommen habe, obwohl ich eigentlich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Auf jeden Fall saß ich dann da in Underworld Football Manager 2, hatte schon 4 Aufgaben erfüllt von den 5 und ich will ja immerhin im Hintergrund ein bisschen Gameplay zeigen. Und dann dachte ich mir, das wäre jetzt nicht mehr so gut möglich und deshalb mache ich jetzt einfach da so ein Video draus. Ihr seht wahrscheinlich gerade im Hintergrund, wie ich entweder Hicklamp Racing 2 fahre oder Altus Adventure, das habe ich mich noch nicht entschieden. Aber wir reden heute über die Top 4 Länder aus Europa, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen und deren Kader. Eigentlich wollte ich ja ganz noch zusätzlich sagen, wer denn so die WM gewinnt und wie denn das ablaufen würde. Also ganz konkret, ich wollte ihm ausmalen, wer trifft genau im Achtelfinale aufeinander, dann im Viertelfinale, weil der Weg ist ja schon vorgegeben. Sieger der Gruppe A trifft auf Zweiter der B und so weiter. Das kommt dann aber alles im zweiten Video, wo ich dann weitere 4 Nationalmannschaften bespreche. Genau. Und das kommt dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen. So, wir starten erstmal mit dem Deutschland-Registrierungskader, was auch immer. Da bin ich nicht ganz zufrieden. Ja, an den Toren kann man nicht meckern. Neuer, Testegen und Trapp wurden nominiert, die drei. Testegen momentan fällt noch mit Marken-Darmkrippe aus, ist aber dann verraussichtlich einen Tag vor der Eröffnung des Turniers fit. Als Linksverteidiger, meiner Meinung nach, also du nominierst ja nicht die Spieler und sagst dazu, wie du die einplanst, aber meiner Meinung nach würden Raum und Günni von Freiburg Linksverteidiger spielen. Innenverteidiger spielen Rüdiger, Schloderberg, Kindhorn, Süle. Bis dahin sieht es eigentlich sehr gut aus. Dann, was ich nicht so sehe, Bella Koczab als fünfter Innenverteidiger, weil ich brauche keinen, also ich persönlich würde keinen fünften Innenverteidiger mitnehmen. Aber das erachtet Flick als wichtig ist, ich weiß nicht, der hat natürlich auch eine bessere Einschätzung, kann das besser einschätzen. Ich sehe ja nicht, wie die trainieren und habe mir auch nicht die Spieler angesehen. Aber ich persönlich, wenn man überhaupt einen Verteidiger bräuchte, ja noch einen, dann hätte ich einen anderen mitgenommen. Aber er will ihn mitnehmen, okay. Rechtsverteidiger werden dann wahrscheinlich Hoffmann, Kehrer und Klostermann spielen. Kehrer wahrscheinlich sowieso allrounder, kann alles spielen, den hätte ich nämlich auch mitgenommen. Statt Klostermann hätte ich Henrichs favorisiert von RB. Und Hoffmann natürlich auch Rechtsverteidiger, sowie Rechtsoffensiv würde ich so mitnehmen. Belakoczab hätte man hier überhaupt nicht gebraucht, weil Kehrer kann, wie gesagt, alles spielen, da hat man den fünften Innenverteidiger. Aber gut. Weitere Verteidiger, die nicht nominiert wurden, sind neben Henrichs auch Hummels und Thar. Die zwei zum Beispiel hätte ich statt Belakoczab nominiert, wenn ich einen fünften Innenverteidiger gebraucht hätte. Und Halstenberg ist auch nicht dabei, Udukay und Robin Koch, also jetzt so, sagen wir mal, die Besten, die danach kommen. Und Marius Wolf, der vielleicht im Gespräch sein könnte für die Rechtsverteidigerposition, fällt mit einer Gleichgewichtsstörung aus. Der war, glaube ich, mal im Gespräch. Der bleibt auch zu Hause in Deutschland. So im Mittelfeld. Das hat mich dann überrascht, als ich das gesehen habe. Weil man hat eigentlich nur drei Achter bzw. Sechser mitgenommen. Nur drei. Kimmisch, Gündogan, Goretzka. Und dann denke ich, der Vierte, weil ich sehe das immer, dass jede Position doppelt belegt sein muss, das müsste dann ja eigentlich Götze sein. Und ich verstehe nicht, warum man dann Götze mitnimmt. Weil ich hätte da einen richtigen Sechser oder Achter mitgenommen. Weil, ja, darum, weil man braucht einen Achter oder Sechser. Und Götze ist für mich zu offensiv für einen Achter oder Sechser. Vor allem, weil das bei Frankfurt nicht spielt. Das glaube ich zumindest. Ich glaube, der spielt in dem System eher offensiver. Oder meistens offensiver. Aber gut, ich sehe den jetzt da nicht so. Aber, ja, wie gesagt, meine Einschätzung ist, Spielraum, also Begründungsspielraum ist begrenzt. Weil, wie gesagt, ich sehe die Jungs nicht trainieren. So, dann natürlich das Angriffsdreieck. Nenn ich mal Sané, Müller, Gnabry. Also in der Offensive, Mittelfeld, sind wahrscheinlich gesetzt, sind auch nominiert. Müller stand jetzt noch mit Hüftproblem, fällt er noch aus bis zum 19. November. Ist also auch rechtzeitig fit. Und dann hat man in der Offensive als Ersatz. Musiala, Havertz und Brandt nenne ich jetzt erstmal. Brandt kann auf beiden Flügeln spielen. Musiala auch auf beiden. Und offensives Mittelfeld. Havertz dann eher wieder offensives, also Zehner. Und natürlich kann Hoffmann auch rechts spielen, den wir vorhin schon genannt haben. Und dann hat man noch Adeyemi. Da weiß ich halt nicht, ob der den als Stürmer oder halt als rechter Flügelspieler einsetzen wird. Aber das sind die Ersatzspieler im Prinzip dafür. Und das ist eigentlich so ähnlich, wie ich es gedacht hätte. Ich hätte ja noch Reus mitgenommen damals. Also ich hätte Goz nicht genannt. Aber Reus hat sich, glaube ich, sowieso verletzt. Ja, der hat sich verletzt. Der fällt aus mit einer Zündung im Sprunggelenk. Und es gibt auch zwei zentrale Mittelfeldspieler, die ich statt dann Goz mitgenommen hätte, weil ich vier Sechser bzw. Achter genommen hätte. Neuhaus fällt aus wegen einer Teilschädigung am Kreuzband. Und der Hut mit einer Schulterverletzung. Der Hut hätte ich mitgenommen. Aber der ist ja verletzt. Aber man hat ja noch weitere Achter und Sechser in Deutschland. Zum Beispiel Weigel. Genau. Und Würz fällt noch mit seinem Kreuzbandriss aus. Den hätte er ja vielleicht Last-Minute-Flip noch nominieren wollen. Hätte ich sowieso nicht gemacht, wenn er fit geworden wäre. Weil das ist ein zu hohes Risiko. Und im Sturm hat man dann Mokuku und Füllkrug. Und mit, ja, dann Adjemi und Habatz zum Beispiel. Je nachdem, wie man mit denen plant. Ähm, also, vier Stürme weiß noch nicht so richtig, wer, wie startet. Ähm, Mokuku für Kroka, Watz Adjemi. Werner und Metscher fallen halt aus. Werner mit einem Sündes-Mosebandriss. Und Metscher mit einem, keine Ahnung, Patella-Szenenriss. Sehnen anderes, nur anderes, ne. Der fällt auch aus. Ähm, ich weiß nicht, wer das Stammspielen würde. Keine Ahnung. Ähm, Offensive ist immer ein bisschen variabel, ne. Aber an sich finde ich es ganz okay. Ich hätte, wie gesagt, keinen Bela Kotschab mitgenommen. Ähm, statt Klostermann-Hinrichs. Den, ja, ich hätte, weil Bela Kotschab, wir jetzt keinen Bela Kotschab hätten, hätte ich im Mittelfeld noch einen mitgenommen. Den Achter. Und da gibt es zum Beispiel, wie ich schon genannt habe, Weigel, Can, Arnold, Demirbay, Andrich und Stach. Ich hätte wahrscheinlich Weigel mitgenommen. Gusen und Baku mussten auch zu Hause bleiben, weil, ja, die sind ja, kann man sagen, die schwanken so zwischen Linkes, also zwischen Offensive und Defensive, ne. Also rechtes Mittelfeld, Rechtsverteidiger oder linkes Mittelfeld, Linksverteidiger. Ich glaube, Flick findet sie für Verteidiger zu Offensiv. Und in der Offensive, naja, er hat halt mit ihnen auch gar nicht geplant. Also in den Spielen vor der WM haben die auch keine große Rolle gespielt. Ähm, und deshalb finde ich es okay, wenn er die nicht mitgenommen hat. Äh, würde ich wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. So, dann hätte ich, wie gesagt, wahrscheinlich Weigel mitgenommen. Dann hätte man Weigel, äh, im Mittelfeld gehabt. Und im Sturm nimmt er außerdem nicht mit Knauf, Volland und Burkhardt. Und ich würde sagen, ja, wahrscheinlich hätte ich dann den Kader genauso gelassen. Weil, wie gesagt, der Hut ist ja verletzt ausgefallen. Dann könnte man ruhig noch Götze mitnehmen. Götze, also den Kader, den ich selber damals genannt hatte, hatte ja sowieso nur 25 Spieler, ne. Und da wäre vielleicht Götze das fehlende Puzzleteil gewesen. Also von, bis dahin, also bin ich mit dem Kader einverstanden. Ich hätte, wie gesagt, keinen Bela Koczab mitgenommen. Und dafür halt einen richtigen Achter, Sechser, also Weigel. Ne, aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. So, dann kommen wir zu Spananien. Ähm, die spielen, falls ihr es wissen wollt, häufig in einem 4-3-3-System. Die, äh, haben als Torhüter nominiert Unai Simon, wer ihn nicht kennt, spielt bei Athletic Bilbao. Robert Sanchez, spielt bei Brighton & Hoth Albion. Und David Racher, der spielt bei FC Brantford. Und da hat man schon mal zwei Prominente nicht mitgenommen, nämlich De Gea und Kepa. Kepa ist schon länger raus, weil er damals, glaube ich, als er Chelsea-Stammkeeper war, äh, einige, ja, sich Fehler geleistet hat, schlimme Fehler, und deshalb länger nicht nominiert worden ist. Und De Gea ist auch schon seit längerem draußen. Unai Simon ist so der Stammkeeper jetzt. Äh, als Linksverteidiger hat man Alba, Jordi Alba und Gaja nominiert. Gaja von, äh, Valencia, spielt dort seit 20, 14 Stunden. Und es gab öfters Versuche von größerem Verein, den abzuwerben. Aber das ist ein Spieler, der bei seinem Verein halt geblieben ist. Ich weiß nicht, mit wem man das vergleichen könnte. Keine Ahnung, also der Gaja. Er hätte international besser spielen können, aber er wollte halt wahrscheinlich nie von Valencia wegwechseln. Und jetzt spielt er halt da, als Linksverteidiger. Rechtsverteidiger plant man wahrscheinlich mit Cafajal und Azpilicueta. Und Lorente konnte das natürlich auch noch spielen, den man mitgenommen hat. Lorente von Atletico. Und in der Innenverteidigung hat man Pau Torres, Laporte von City, Eric Garcia und Ugo Gajamon von Valencia. Der ist 22 Jahre alt und wird unter Transfermarkt als Sechser gewertet. Der kann aber wahrscheinlich auch Innenverteidiger spielen. Und als Belegwerter kann das sowieso auch. Also das ist die Verteidigung. Wer nicht mitkommt, wer mitkommen hätte können, ist Kukurela. Das ist ja der, der den Chelsea geholt hat für die linke Außenbahn. Der passt hier vielleicht auch nicht ins System, weil er vielleicht zu offensiv für die Linksverteidigerposition ist. Und Grimaldo von Benfica, wo man drüber hätte nachdenken können, weil Benfica die Saison sehr gut ist. Angelini ist auch nicht dabei. Gleiches Problem wie Kukurela. Wobei es mich wundert, dass der noch gar kein Spiel für Spanien gemacht hat. Und auch kein Sergio Gomez, der jetzt bei City spielt, der Linksverteidiger. Und auch nicht Marcos Alonso bei Barcelona. Das sind so prominentere Namen, die nicht mit dabei sind. In der Innenverteidigung fehlen. Da hat man nicht so viele Alternativen gehabt. Ramos ist, finde ich, keine Alternative mehr. In Jogo Martínez, wer den kennt, Atletico Bilbao. Hermoso von Atletico Madrid und Lorente von Leeds United. Ein weiterer Lorente. Die kamen nicht mit. Und als Rechtsverteidiger hätte man noch Ballerín gehabt. Spielt ja jetzt bei Barcelona. Und Petro Porro von Sporting. Vielleicht kennt den einer von euch. Aber der ist eigentlich auch eher Schienenspieler. Also zu offensiv für eine klassische Rechtsverteidigerposition. Also ich sehe ja keinen, den ich statt denen mitgenommen hätte, die jetzt spielen. Im Mittelfeld, drei Mittelfelder, das ist Spanien sehr gut aufgestellt. Mit Petri, Rodri, Gavi, Busquets, Kouke und Carlos Soler. Der spielt jetzt bei Paris. Der kam im Sommer von, wo kam der her? Von Napoli, glaube ich, oder? Und, nee, 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 nee. Ich rede scheiße. Von Valencia. Von Napoli kam Fabian Ruiz. Und den haben sie nicht mitgenommen. Und da kann halt auch Lorente spielen. Also das Mittelfeld ist sehr, sehr gut aufgestellt. In der Verteidigung habe ich vergessen zu nennen. Zwei, die nicht mitkamen aufgrund von Verletzungen sind Sergio Roberto von Barcelona. Schulterverletzung. Und, ich weiß nicht, wie ich den aussprechen soll. Sergio Ruggillon, der spielt bei Atletico, Linksverteidiger. Der ist auch verletzt. Im Mittelfeld, wenn man nicht mitgenommen hat. Wen kennt ihr? Zum Beispiel Fabian Ruiz von Paris. Thiago wurde nicht mitgenommen. Luis Alberto von Lazio Rom und Saúl Niguez. Atletico Madrid ist ein schon starker Spieler. Und, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Real Sociedad San Sebastian hat einige Spieler mit sehr hohen Marktwerten. Ich glaube, keiner von euch kennt die. Der gibt es zum Beispiel einmal Martin Zubi-Mendy. Der ist 23 Jahre alt und hat 40 Millionen Marktwert. Dann Miquel Merino, den kenne ich vom Namen her, ja. Aber, dass den 50 Millionen Marktwert hat, wusste ich nicht. Und Bryce Mendes, die haben alle sehr hohen Marktwerte. Drei zentralen Mittelfeldspieler von San Sebastian und die kommen auch nicht mit. Und wer, wie gesagt, auch noch nicht, wie gesagt, aber wer im offensiven Mittelfeld noch nicht mitkommt, ist Isco, Brahim Diaz, AC Mailand und Pablo von Nals von West Ham United. Dann kommen wir zur Offensive. Da ist zum Beispiel Olmo dabei. Olmo kann wahrscheinlich auch im Mittelfeld, also auf dieser 8er Position genauso wie offensiv spielen. Ist halt nicht seine Position dabei, die 10er Position. Und er müsste dann halt 8er oder Flügel spielen. Aber in der Offensive sehe ich da ein Problem bei dem geregistrierten Kader für mich, weil es gibt nur einen richtigen Stürmer, den sie mitgenommen haben, Morata. Und der Rest sind einfach Flügelspieler. Nämlich Torres, also Ferran Torres von Barcelona. Jeremy Pinho von Villarreal. Fatih, Sarabia, der spielt jetzt wieder bei Paris, glaube ich, Sarabia. Nico Williams von Athletic Bilbao, war das nicht der, der so viele Spiele hintereinander gemacht hat, Nico Williams? Ich weiß es gar nicht. Und Asensio. Asensio wird wahrscheinlich der Backup-Stürmer sein. Aber für mich ist er halt Flügelspieler. Also die sind mitgekommen. Und im Angriff, wer nicht mitgekommen ist, Mikkel Oya Zabal, ein weiterer San Sebastian-Spieler, der 60 Millionen Marktwert hat. Den kenne ich schon länger, weil der auch schon öfters mal für Spanien Nationalspieler absolviert hat. Deshalb wundert es mich, dass er nicht mitkommt. Z.B. statt Asensio, hätte man dem nehmen können, weil Asensio spielt bei Real keine so große Rolle mehr. Und dann hat man noch Adama Traoré, der bei Barcelona letztes Halbjahr gespielt hat. Und Juanmi von Betis Sevilla, der letzte Saison, ja, schon ziemlich weit oben in der Torjägerliste war in der La Liga. Und dann hätte man ein paar Stürmer, die ich mitgenommen hätte, statt Asensio, damit man einen ordentlichen Backup hat. Ganz vorne, Gerard Moreno, Villarreal, der war z.B. letzte EM mit dabei. Boya Iglesias von Betis Sevilla, Raul de Tomas von Rayo, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, Rayo, Volajal, Rayo, ich weiß gar nicht. Aber der hat auch einige Tore schon in der La Liga geschossen. Rafamir und Iago Aspas, also es gibt einige Stürmer. Ich hätte da definitiv einen mitgenommen, aber sonst kann man an dem Kader nicht meckern. Olmo ist halt hier ein bisschen fehl am Platz, sage ich mal, weil er halt eigentlich Zehner ist. Und weder so Flügel und Achter ist nicht so sein Ding, würde ich mal behaupten. Aber an sich ist der Kader sehr stark und ich sehe hier, also ich habe bei jedem der drei Klubs, drei Länder, sage ich mal, nicht Klubs, im Vergleich zu Deutschland gesehen, dass da, was nach der ersten Elf kommt, da gibt es mehr Backup-Möglichkeiten als bei Deutschland. Also bei Deutschland ist es da, abgesehen von dem Kader, der registriert wurde, wenn man dann auf den Rest schaut, der nicht registriert wurde, da sind weniger Optionen da als bei den anderen drei Ländern, die ich hier heute anspreche. Wir kommen zu England, wir kommen jetzt zu einem Team, wo ich zwei, wahrscheinlich zwei, ja, ich weiß ja nicht, ich habe bisher nicht so, mich sehr auf die Formation fokussiert, aber es war halt schwierig herauszufinden, wie England spielen wird, weil die spielen einmal mit einer Viererkette, also haben sie in den Spielen vor der WM gespielt, mit einem 4-2-3-1, wie auch bei der EM, aber sie haben auch eine Dreier-Taktik ausprobiert, also 3-4-2-1, mit in der Offensive zwei Zehnern und einem Stürmer. Kommen wir mal zu dieser 4-2-3-1-Taktik, im Tor werden dann Pickford, Ramsdale, ich weiß nicht, wie man Ramsdale, spricht man dem wahrscheinlich aus, von Arsenal und Pope von Newcastle United werden dort spielen, wird wahrscheinlich keiner von, keiner kennt, also ich denke mal, ich kenne die schon, Pickford, Ramsdale und Pope, aber hat jetzt keiner den Ruf als Topkeeper, und wer nicht mitgenommen wird im Tor, ist zum Beispiel jetzt, da hat man noch als alternative Handerson, der bei United gespielt hat und jetzt die Saison bei Nottingham. In der Verteidigung, da hat man auf links Luke Shaw und Trippier, Trippier von Newcastle United, der ist eigentlich ja Rechtsverteidiger, aber ich habe ihn jetzt mal nach links gesetzt, weil es sonst keinen gibt, der sonst nominiert wurde, und auf rechts hat man Trent Alexander-Arnold und Kyle Walker, der momentan noch Leistenverletzungen hat, das steht aber nicht bei Transfer-Ticket, dass er bald wieder fit sein wird, sondern Rücker unbekannt. Wenn der ausfallen würde und man könnte einen nachnominieren, dann würde das wahrscheinlich, wenn ich mal hier überlege, würde das wahrscheinlich Kyle Walker Peters werden, von Southampton, weil zwei Außenverteidiger fallen aus, nämlich James von Chelsea mit einer Knieverletzung und Chilwell oder Killwell auch von Chelsea mit einer Oberschenkelverletzung, also man hat dann die vier Außenverteidiger, die reingehen. Und in der Innenverteidigung hat man Maguire, Stones, Ben White von Arsenal, Eric Deer von Tottenham und Cody von Everton. Wen man nicht mitnimmt, ist lustigerweise der Spieler mit dem meisten Marktwert von den Innenverteidigern, nämlich Tomori, spielt bei AC Mailand, Geje, oder Geje, spricht man den aus, von Crystal Palace, kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber ist bei Crystal Palace Stammspieler und kam vor ein, zwei Jahren aus der Chelsea-Akademie zu Crystal Palace. Joe Gomez von Liverpool kommt auch nicht mit und Tyrone Mings, der bei der EM, glaube ich, Stammspieler war, der spielt bei Aston Villa, der kommt auch nicht mit. Also das ist die Verteidigung. Und in der Dreierkette hat bisher, da spielen dann natürlich die Innenverteidiger, aber auch Walker hat, wenn sie Dreierkette gespielt haben, in der Kette gespielt, in der Dreierkette. Die anderen, Verteidiger, Trapeer Shaw und Alexander Arnold, werden dann in dieser Konstellation wahrscheinlich Flügelspieler, Schienenspieler, nicht Flügelspieler. So, im Mittelfeld, zentrales Mittelfeld hat man, ja, mitgenommen, also das sehe ich jetzt auf der 8 und auf der 6, sehe ich Kyle, nicht Kyle, heißt der Kyle mit vorne, weiß ich gerade gar nicht, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Phillips, ja, bei City spielt er jetzt und Declan Rice von West Ham United und natürlich Bellingham, Gallagher von Crystal Palace, der kam auch aus der Chelsea-Akademie, glaube ich, und der ist ziemlich gut und Henderson natürlich von Liverpool. Da hat man 5 sehr starke Spieler und, ja, die würden wahrscheinlich genauso spielen in diesem 3-4-2-1-System, würden die wahrscheinlich auch im Zentrum spielen. Und jetzt kommen wir zu den Spielern, die jetzt auf der 10, auf dem Flügel und im Sturm spielen. Da ist es sehr variabel, also nehmt das jetzt nicht so fest, wie ich sage. Ich habe halt auf die 10 festgelegt, Mason Mount von Chelsea und Madison von Leicester City. Auf dem linken Flügel Sterling und Foden, schon das Foden auf der Bank ist, ne. Wahrscheinlich würdet ihr Foden auf der 10 sehen, Foden ist Stammspieler. Ich glaube, im England spielt er gar nicht so oft Stamm, wie zum Beispiel bei City, was krass ist. Aber man hat halt offensiv sehr viele Möglichkeiten. Auf rechts sehe ich Saka und Grealish, aber die können eigentlich komplett variabel durchwechseln, weil ich glaube, jeder von denen kann auf der 10 spielen und auf dem Flügel. Genau, und im Sturm, da sehe ich dann Kane, Wilson von Newcastle United und Rashford, der nominiert wurde. So, dann kommen wir zu den Mittelfeldspielern, die nicht mitkamen. Auch noch zum Zentrum, die habe ich vergessen zu nennen. James Rod Prowse von Southampton, auch ein sehr starker Spieler. Die Mittelfeldteams in der Premier League sind ziemlich stark im Vergleich zu anderen Mittelfeldteams. Joe Willock von Newcastle United kommt nicht mit. Jacob Ramsey von Aston Villa, aber gut, wenn man sich die 5 anschaut, die mitkommen, na, ist ja klar. Und zum Beispiel Lingard kommt auch nicht mit, den kennt ihr sicherlich auch noch. Und Emil Smith-Rowe ist verletzt von Arsenal, der wäre wahrscheinlich statt Madison mitgekommen. Aber der ist, wie gesagt, verletzt. Leider. Leider für ihn, ne. Und im Sturm, wie gesagt, Kane, Wilson und Rashford. Rashford kann natürlich auch Flügel spielen, ne. Da hätte ich niemand anderen mitgenommen. Statt Wilson, dem Sturmer, hätte Ivan oder Ivan Tony mitgenommen. Der spielt Stürmer bei Brentford und ist diese Saison in der besten Form seines Lebens. Hat in 14 Spielen 10 Tore geschossen, den hätte ich definitiv mitgenommen. Es gibt auch noch Tony Abraham von der Roma, die ich eher als Wilson mitgenommen habe. Wobei, ich hätte ihn nicht eher als Wilson mitgenommen. Weil Wilson ist diese Saison auch ziemlich stark. Generell von Newcastle, ne. Dann gibt es natürlich noch Oli Watkins und Calvert-Lewin, die nicht mitgenommen wurden. Und im Mittelfeld tut es mir ein bisschen leid für Gerard Bowen. Das ist ein Flügelspieler von West Ham United, der letzte Saison sehr stark war und sehr spät sein Debüt gefeiert hat bei England. Aus meiner Sichtweise. Und diese Saison war er bisher halt leider nicht so stark. Und der kommt halt nicht mit. Ja, Arsene Udoi kennen die ja auch wahrscheinlich noch. Der kommt auch nicht mit. Anthony Gordon, um den hat Chelsea in diesem Sommer gebugelt. Der spielt bei Everton. Das ist auch ein Flügelspieler und Stürmer. Und Markus Edwards von Sporting Lissabon. Den kennen wahrscheinlich die Eintracht-Fans, weil der hat bei dem 3-0-Sieg, glaube ich, gegen Frankfurt, glaube ich, zweimal getroffen. Ja, die kommen nicht mit. Und wie gesagt, statt Wilson hätte ich Ivan Toni mitgenommen. Also wir haben jetzt bisher bei jedem Land was gefunden, was ich anders machen würde. Falls Walker ausfällt, würde ich als Rechtsverteidiger Kyle Walker-Peters nehmen. Der spielt bei Southampton. So, und kommen wir jetzt zum letzten Club. Ach, ich sage immer Club, ne. Ihr wisst, was ich meine. Nation. Frankreich. Da war es auch ein bisschen schwierig. Die haben so ziemlich fast jede Formation durchprobiert. Von einem 4-2-3-1, 4-3-3, 4-2-2-2 und einem 3-4-1-2. Am häufigsten, wahrscheinlich, hat man hier den Unterschied zwischen 3er- und 4er-Kette. Als ich dann so die, ja, eingetragen habe, die Namen, dann dachte ich mir, die 4er-Kette sieht doch besser aus. Und jetzt gehe ich mal nach der 4er-Kette. Im Tor hat man Lurie, Areola und Mandanda nominiert. Was mich ein kleines bisschen nicht überrascht. Wobei, im Endeffekt dann auch nicht, weil Magnorn, oder wenn man den ausspricht, von Arzimailat, ne, der fällt verletzt aus. Den hätte man dann wahrscheinlich statt Mandanda oder Areola mitgenommen. Und ja, sonst Meslier von Leeds United und Lafond von Nantes sind jetzt auch nicht so viel besser als Areola und Mandanda. Also, also von daher, eigentlich okay, Torwartwahl. Ich sehe jetzt die 4er-Kette so, dass links die beiden Hernandes-Brüder spielen, Theo und Lucas Hernandes. Rechtsverteidiger Pavard und Koundé, der spielt ja jetzt bei Barcelona. Und in der Endverteidigung, die ist so unheimlich stark, deshalb muss man eigentlich eine 3er-Kette nehmen, aber... Es ist Saliba von Arsenal, Upamecano von Bayern, Varane United, Konaté, Liverpool und Di Sassi von Monaco nominiert. Und da gibt es einige Spieler, die fehlen, auch Nicht-Verletzte. Verletzt sind zum Beispiel Fofana, der ja diesen Sommer für sehr viel Geld zu Chelsea gewechselt ist, ein Innenverteidiger. Und dann auch noch Kimpempe fällt aus, unbekannte Verletzung. Aber man hat einige Außenverteidiger nicht nominiert, oder sagen wir mal, ja, 2, wo ich denke, oder sogar 3, die man hätte nominieren sollen. Nämlich Mondi von Real Madrid, Mukiele von Paris spielt er jetzt. Und dann gibt es einen, den ihr vielleicht nicht kennt, Jonathan Claus, der spielt bei Marseille. Und das ist ein besonderer Fall, weil der hat vor 2, 3 Jahren, glaube ich, noch bei Bielefeld gespielt. Ist dann zu Lenz gegangen, in die französische Liga, und die haben eine super Saison gespielt, und er auch. Das spielt er bei Marseille. Und der ist halt so, auch so ein Schienenspieler, also so rechts, links, offensiver Verteidiger. Und der hat halt in dieses 4-2, äh, 3-4-1-2-System super reingepasst. Finde ich schade, dass der nicht mitgenommen wird, ähm, ja, dass er sich verdient hat. Wobei, das ist die WM in Katar, ist, ja, ist keine so wichtige WM, sagen wir mal so. Also, äh, auch ein Verteidiger, der häufiger gespielt hat vor der WM bei Lukas Digne von Ersten Willer, Linksverteidiger, wird auch nicht mitgenommen. Und Innenverteidiger gibt es ganz viele, also ich lasse hier auch einiges aus. Ähm, Innenverteidiger zum Beispiel gibt es, ähm, den man nicht mitgenommen hat. Und, ähm, Dika von Frankfurt, Kurt Zuma von West Ham United, Kalulu von Milan, ähm, Simakar von RB und, äh, noch, noch, noch ein Verteidiger von Monaco. Also, die haben ziemlich viele gute Innenverteidiger, ähm, aber, ja, ein paar verstehe ich nicht, warum sie es nicht mitgenommen haben. Wobei, in diesem, ähm, in der Viererkette wäre das gar nicht mehr so schlimm, aber das ist mir in diesen 3-4-1-2-Systemen aufgefallen. Wenn das so ein Mondi und vor allem so ein Klaus schon fehlen würden, ähm, und, ja, dann, ähm, gehen wir ins Mittelfeld. Da würde ich jetzt bei einem 4-2-3-1, äh, im Zentralmittelfeld, äh, sehen, auch ich kann seinen Namen immer noch nicht aussprechen. Chumaini, Real Madrid, Unkar Mavinga, Real Madrid, Genduzi von Marseille, äh, Fufana, das ist, glaube ich, der spielt Monaco auch, ja, Monaco. Und, ähm, theoretisch noch Rabiot von Juve. Pogba fällt ja verletzt aus, genauso wie N'Golo Kante. Und, ähm, Bubaka Kamara von Aston Bieler fällt auch noch aus. Ähm, im Mittelfeld hätte ich dann aber vor allem statt Rabiot, weil Juve spielt in der Saison nicht so gut. Und Rabiot, naja, auch nicht so gut, habe ich nicht so gut in Erinnerung, wenn ich mal die Highlights so geschaut habe. Ähm, da gibt es noch ein paar andere, zum Beispiel, es gibt den Bruder von Thüram, der bei Nizza spielt. Der spielt diese Saison eigentlich ziemlich gut und zumindest auch letzte Saison. Äh, oder ein Dombélé von Napoli, ne, die hätte ich wahrscheinlich statt Rabiot mitgenommen, aber jetzt ist er immer dabei. Äh, auf der 10er Position würde ich dann Griezmann und Weretou sehen, Weretou auch von Marseille. Auf dem rechten Flügel dann MAP als Ersatz-Command und links Dembélé mit Thüram-Ersatz und Rabiot. Rabiot spielt häufiger auch mal linkes Mittelfeld. Und im Sturm bleiben dann noch Benzema und Giroud. Es gibt im Frankreich-Kader einige Spieler, die noch stand jetzt verletzt sind. Das sind Varane, Koundé, Benzema und Thüram. Ähm, und, ja, mal gucken, äh, ob die noch fit werden. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Nachnominieren geht, aber, ähm, naja. Ja, ich will noch sagen, dass ich auch statt Weretou wahrscheinlich noch Diaby mitgenommen hätte. Weil Weretou, das ist auch so ein 8er, 10er, aber ich hätte dann eher Diaby mitgenommen, ähm, als Ersatz. Außerdem hat man eben in der Offensive noch einige Spieler, also es hat zum Beispiel Son Maximilien von, ähm, von, na, wie heißt es, Newcastle United. Von Rennes hat man einmal, äh, Stad Rennes, Martin Terrier, auch ein sehr guter Flügelspieler. Also ein so Underrated-Flügelspieler, die so wenig Leute kennen, aber man lernt die dann so ein bisschen kennen, wenn man dann sieht, dass es eine Nation, die nominiert, weil ich kannte diesen Klaus auch nicht so richtig, bevor Frankreich den mal nominiert hat. Ähm, und dann auch Guiri von Rennes, das ist ein Stürmer. Ähm, Iki Tiquet, den hat Paris diese Saison geholt, ein Stürmer von, wo kam der? Der kam auch irgendwo aus Frankreich. Äh, Visam Benjeda und natürlich Martial. Ähm, also, ich würde, wie gesagt, schon Weretun noch Diaby hätte ich, ähm, nominiert. Und, ja, in der Dreier-Formation sieht das halt ein bisschen schwieriger aus, weil da wahrscheinlich dann Pavard auch mal rechtsoffensiv erspielen müsste. Ähm, aber das passt, finde ich, überhaupt nicht so zu ihm. Und ich finde, dann wäre das mit der Viererkette doch besser. Und wenn die rechtzeitig fit wären, äh, alle, dann haben die einen ziemlich guten Kader. Ja, und dann würde ich sagen, äh, das hat jetzt eine halbe Stunde gedauert, also fast. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn, ich war natürlich ziemlich schnell, ich musste mich beeilen, um da durchzukommen. Ähm, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr denn die Kader seht. Ihr könnt euch natürlich die Kader gerne auf Transfermarkt nochmal anschauen und dann reinschreiben, wie ihr die denn seht und wen ihr sonst so mitgenommen hättet. Dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge, hoffentlich. Dann mache ich Brasilien, Argentinien, Portugal und entweder Uruguay, Niederlande oder Belgien, weil mehr als vier kann ich nicht schaffen. Ähm, und das werde ich wahrscheinlich nicht so detailliert machen können, weil das Video wird dann wahrscheinlich über eine Stunde, weil ich will dann natürlich noch dieses, ja, machen detailliert, was denke ich, wer kommt ins Achtelfinale, wer ins Viertelfinale, Halbfinale, das will ich ja eigentlich auch noch machen. Dann kommt dann irgendwann diese Woche noch Account Reboots at War und vielleicht Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche dann ein Video, wo ich über Aue rede, über die neuen Vorstands-, nicht Vorstandsvorsitzenden, über die neuen, die im Aufsichtsrat sitzen. Also da hat sich einiges getan. Dann hoffe ich, wie gesagt, das hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, entweder werde ich das aufs Thumbnail schreiben oder das wird der Titel werden. Hashtag, warte mal, wie war das nochmal, Hashtag analysieren, nicht schauen, war das, glaube ich, irgendwie so, habe ich gesagt, habe ich mal irgendwie erwähnt, dass ich die WM, also dass ich darüber reden werde, ich werde schauen, was denke ich, wer gewinnt, ich schaue mir die Karte an, aber ich werde sie nicht schauen, also schreibt Hashtag analysieren, aber nicht schauen. Wäre natürlich schöner, wenn sich das reimen würde, findet man dann noch was. Oder macht einfach den Hashtag analysieren, aber nicht schauen, also die WM auf die WM bezogen. Und das freut mich und den Algorithmus. Und dann gerne bis zu meinem nächsten Analysevideo, wenn man das überhaupt so nennen kann. Bis dahin. Tschüssi. Musik 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 So hard to get it I used to be the one living in the fast lane I used to be the one who only cry in the rain I used to work so hard to get it So hard to get it